Die Inklusion ist natürlich total wichtig, weil alle Menschen haben natürlich ein Recht auf historisches Wissen. Und ich denke, es ist auch ein bisschen was einen emanzipatorischen Charakter hat, weil es uns auch jeweils zeigen kann, wie Auseinandersetzungen verlaufen sind, an welchen Stellen soziale Ungleichheiten aufgetreten sind, wie auch Menschen aktiv geworden sind, also Akteure in der Geschichte geworden sind. Und wir können sozusagen in der Geschichte sehr viel, nicht nur aus der Geschichte, sondern ich denke richtig in den Geschichten auch lernen über die Gegenwart. Und auch lernen, unsere quasi-Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen. Ich bin selber immer sehr daran interessiert, einen übergreifenden, universalen Ansatz, so Denkansatz zu finden oder ein Konzept, was universal ist, wo sich dann wiederum nicht neue Ausschlüsse ergeben, weil man kann auch sagen, jede Inklusion ist eine neue Exklusion, ja. Also es gibt natürlich diese Frage des Bildungsfernen, der bildungsfernen Leute. Und ich denke, politische Bildung muss unbedingt alle Leute mitnehmen. Und das betrifft eben nicht nur Menschen, die mit klassischen Behinderungsstigmata, sag ich mal, belegt sind, sondern auch einfach bildungsferne Personen. Jetzt gerade bei der Inklusion weiß man ja, ne. In der Schule ist es der Förderschwerpunkt Lernen. Der hat erstmal mit Behinderung überhaupt nichts im engeren Sinne zu tun, sondern mit sozialer Ungleichheit. Und die muss man einfach mitnehmen, weil sind alle Bürger dieser Gesellschaft und müssen sich alle beteiligen, so, ne. Und das gilt aber genauso für Menschen auch mit Behinderung. Die sind dann natürlich tendenziell auch eher zu den Ausgeschlossenen, was sich seit den 70er Jahren durch die Selbstvertretung natürlich auch verändert hat, zum Glück, und ist aber weiter zu betreiben. Und das sind auf jeden Fall auch, wenn man dann sich die Schulentwicklung anguckt, so sind diese Bereiche eigentlich in den Förderschulen oder so, werden die vielleicht auch vermittelt, aber doch nicht so stark, wie es integrativ auch mit den Fächern verbunden sein sollte. Die Fächer werden immer noch sehr getrennt unterrichtet und nicht als Wissensfächer, die irgendwie auch vernetzt sind. Man kann auch Mathe mit einem inklusiven Thema verbinden, ja. Und da gibt es sicher viel zu wenig Unterrichtsmaterialien, ne. Wird ja meistens nur in den sozialwissenschaftlichen Fächern gemacht oder in Geschichte und die Stundenzahl ist gering. Und ich denke es genauso, dass diese Fächerspezialisierung zum Beispiel in der Ausbildung der Gymnasiallehrer noch extremer ist. Es gibt tatsächlich Gymnasiallehrer für Mathe und Chemie, die wissen überhaupt nicht, was Inklusion ist. Also, ne. Also ich denke, dass auch der Bildungsfokus tatsächlich auch auf die gebildeten Schichten in dieser Hinsicht gelenkt werden muss und wir, solange wir weiter ein dreigliedriges Schulsystem haben und kein inklusives Schulsystem haben, bis 16 Jahre zum Beispiel, ist auch in der Ausbildung dieser Lehrperson zum Beispiel eine unheimlich große Lücke zu sehen. Ich persönlich erfahre es so, dass in dem Bereich so zum Beispiel Antidiskriminierungsansätze ja schon praktiziert werden, genauso wie auch man über Schülerräte, Lehrerräte, Demokratie in der Schule spricht. Es gibt aber natürlich bezogen auf Behinderung doch bei vielen Leuten Unwissen oder Vorbehalte. Also es gibt ja auch eine Berührungsangst immer noch mit Menschen mit Behinderung, ohne dass man ganz genau wüsste, man hat Bilder von Behinderung, genau wüsste, was das eigentlich bedeutet. Insofern denke ich auch, man muss speziell zu Behinderungen weiterhin arbeiten. Man kann das nicht immer im Allgemeinen auflösen und ich würde schon auch erwarten, dass sich alle mit der UN-Konvention beschäftigen, die ist ja auch ein bisschen allgemeiner formuliert, auch im Bildungsbereich, aber ich denke schon auch, dass die Vorbehalte gegen Behinderung, genau wie Rassismus oder Homophobie natürlich bei Lehrern auch verbreitet sind, aber genauso speziell auch bezogen auf Bilder über Behinderung und dass man da auf jeden Fall auch die Lehrer, die zum Beispiel rassismuskritische Arbeit machen, durchaus auch mal über Behinderung nachdenken. Es gibt interessanterweise, das war mir selber gar nicht bewusst, eine Art Idee, wohl bei vielen, dass Inklusion sich nur um Behinderung kümmert und dass dann beispielsweise andere Antidiskriminierungsfragen nicht aufgegriffen werden. Ja, ich denke, man muss Projekte machen, die inklusiv sind, aber die Voraussetzungen strukturell wären schon einfacher, wenn die Schulanwohnen für sich anders wären, weil die meisten gehen, also es ist unsere obligatorische Institution, da laufen wir alle durch. Wir werden in der Schule sozialisiert, auch für Bildung, für politische Bildung und das kann sozusagen die außerschulische Bildung gar nicht alles aufheben, was dann da an Voraussetzungen schon geschaffen wird, wie an Denkweisen und an Aufteilungen. Das müsste also schon mal eine wichtige Voraussetzung sein. Ich finde es sehr schön, dass die historische Bildung so stark ist, auch im außerschulischen Bereich und hoffe, dass diese Rückmeldung auch in den schulischen Bereich gegeben werden kann. Und natürlich muss man, was sich immer da wieder zeigt, mehr Zeit haben, mehr Raum, also die Infrastrukturellen, die Ressourcen, das ist auch in der Schule ja das große Problem. Das ist auch in der Schule.